Tischlein deck dich hieß es heute in Hanau. Und wo passt das besser als in der Heimatstadt der Gebrüder Grimm? Das Märchen wurde im Rahmen der Hanauer Stadtwerte zum Leben erweckt. Zum 15. Jubiläum der Hanauer Tafel forderten sie Bürgermeister Klaus Kaminski heraus. Die 25 Teams mussten innerhalb von 15 Minuten jeweils einen Tisch für sechs Personen eindecken. Ich habe dagegen gewettet und habe gesagt, wenn ihr das schafft, dann werde ich mich verkleiden als gestiefelter Kater und hier aus dem Tischlein deck dich vorlegen. Ich kann der Hanauer Tafel nur gratulieren, Dank sagen allen, die hier mitgemacht haben. Ich habe diese Wette grandios verloren, aber es ist mir noch nicht so leicht gefallen, eine Wette zu verlieren wie heute hier. Und deswegen sehen sie mich auch in etwas ungewohnter Tracht, ein Kostüm aus dem Brüder Grimm, gestiefelte Kater. Und ich habe jetzt schön vor dem Brüder Grimm Nationaldenkmal hier Tischlein decktisch vorgelesen. Die Wette war ein großer Spaß, hatte aber auch einen ernsthaften Hintergrund. Wir möchten einmal zeigen, dass man auch ohne große Kosten zu verursachen eine tolle Feier veranstalten kann, in die wir auch die einbinden, um die es geht. Nämlich Tafelkunden, Mitarbeiter, ehrenamtliche Helfer, Gäste, alle an der Tafel Interessierten können heute an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen und feiern und Spaß haben. Am Schluss wurde Bürgermeister Klaus Kaminski sogar zum Ritter der Hanauer Tafel gekürt. Ab heute darf er den Ehrentitel Sir tragen.